Ich lerne Deutsch. Nummer 4147 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Dieses Team hat das große Ganze im Blick. Dieses Team hat das große Ganze im Blick. Die Details müssen später ausgearbeitet werden. Ich trecke jeden Schritt, den ich mache, mit meiner Smartwatch. Nach einer Pause geht es mir viel besser. Lass mich ein bisschen ausruhen. Nach einer Pause geht es mir viel besser. Lass mich ein bisschen ausruhen. Nach einer Pause geht es mir viel besser. Ich male sehr große Bilder. Ich habe viele davon verkauft. Ich male sehr große Bilder. Ich male sehr große Bilder. Ich habe viele davon verkauft. Ich komme gleich mit einer Leiter und helfe dir. Ich komme gleich mit einer Leiter und helfe dir. Ich bin gerne in der Schule. Das Lernen macht mir Freude. Ich bin gerne in der Schule. Das Lernen macht mir Freude. Das Lernen macht mir Freude. Ich bin gerne in der Schule. Das Lernen macht mir Freude. Ich bin gerne in der Schule. Ich bin gerne in der Schule. Ich hole mir rebuild, wenn ich mir Jahre alt habe. Ich hätte nie gedacht, dass er das tun würde. Es macht mir Kopfschmerzen, wenn ich so etwas höre. Ich hätte nie gedacht, dass er das tun würde. Es macht mir Kopfschmerzen, wenn ich so etwas höre. Ich hätte nie gedacht, dass er das tun würde. Ich bin gerne hier. Der Sport ist ein guter Ausgleich zu meinem stressigen Leben. Ich bin gerne hier. Der Sport ist ein guter Ausgleich zu meinem stressigen Leben. Ich kann meine Yoga-Übungen überall machen, solange ich eine Yogamatte habe. Ich kann meine Yoga-Übungen überall machen, solange ich eine Yogamatte habe. Ich kann meine Yoga-Übungen überall machen, solange ich eine Yogamatte habe. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Musik ist ein Mittel zur Förderung der Kreativität und zur Verbesserung der Konzentration. Musik ist ein Mittel zur Förderung der Kreativität und zur Verbesserung der Konzentration. Ich bin für die Qualitätskontrolle in unserem Unternehmen zuständig. Die Kapsel ist in Ordnung. Ich bin für die Qualitätskontrolle in unserem Unternehmen zuständig. Die Kapsel ist in Ordnung. Ich bin für die Qualitätskontrolle in unserem Unternehmen zuständig. Die Kapsel ist in Ordnung. Heute stelle ich den Mitarbeitern unsere neue Marketingstrategie für die nächsten fünf Jahre vor. Heute stelle ich den Mitarbeitern unsere neue Marketingstrategie für die nächsten fünf Jahre vor. Ich garantiere den Erfolg. Deshalb wurde ich als Trainer engagiert. Ich garantiere den Erfolg. Deshalb wurde ich als Trainer engagiert. Ich garantiere den Erfolg. Deshalb wurde ich als Trainer engagiert. Kannst du mir das erklären? Ich verstehe nicht, wie diese Zahlen zustande kommen. Kannst du mir das erklären? Ich verstehe nicht, wie diese Zahlen zustande kommen. Kannst du mir das erklären? Ich verstehe nicht, wie diese Zahlen zustande kommen. Ich bin mit den Tulpen zufrieden, aber ich würde mich mehr über Rosen freuen. Wir sind sicher, dass Sie uns das beste Angebot machen werden. Wir sind sicher, dass Sie uns das beste Angebot machen werden. Wir vertrauen Ihnen. Wir vertrauen Ihnen. Wir sind sicher, dass Sie uns das beste Angebot machen werden. Wir vertrauen Ihnen. Der Zahnarzt ist zufrieden. Meine Zähne sind in Ordnung. Ich entspanne in der Badewanne bei meiner Lieblingsmusik. Trauben enthalten viele nützliche Inhaltsstoffe. Bewegung an der frischen Luft tut nicht nur dem Körper gut, sondern wirkt sich auch positiv auf die Psyche aus. Bewegung an der frischen Luft tut nicht nur dem Körper gut, sondern wirkt sich auch positiv auf die Psyche aus. Bewegung an der frischen Luft tut nicht nur dem Körper gut, sondern wirkt sich auch positiv auf die Psyche aus. Wieso schläfst du während der Arbeitszeit? Das geht so nicht weiter mit dir. Wieso schläfst du während der Arbeitszeit? Das geht so nicht weiter mit dir. Wieso schläfst du während der Arbeitszeit? Das geht so nicht weiter mit dir. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. Das geht so nicht weiter mit dir. 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 Ich finde es ganz normal. !